Das hat die CDU CSU beim Thema Klima und Gesellschaft vor. Klimawandel. Bis 2045 wollen sie Deutschland CO2-neutral machen, um dem 1,5-Grad-Ziel näher zu kommen. Weltweit soll jeder einen Beitrag leisten. Entwicklungs- und Schwellenländer sollen mit einer klimafreundlichen Wirtschaft an den Start gehen. Wichtig ist ihr, Deutschland soll ein starkes Industrieland bleiben. Klimaschutz muss mit wirtschaftlichem Wachstum vereinbar sein. Sie will auch zukünftig auf Autos setzen, mit allen Antriebsformen. Inwieweit überzeugen euch die Klimapläne der Union? Kommentiert! Und mehr Infos zur Wahl und den Themen gibt's auf der Seite der BPB. Genauso wie den Wahl-O-Maten. Gesellschaftliches Zusammenleben. Sie wollen eine bessere medizinische Versorgung. Auch auf dem Land. Zum Beispiel durch virtuelle Krankenhäuser und mehr digitale Beratung. Bis 2025 sollen über 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Dafür gibt's Anreize für Investoren plus sozialen Wohnungsbau. Ein Mietendeckel lehnt sie ab. Religionen und Kirchen sind ihnen wichtig. Deutschland sehen sie als offenes und tolerantes Land. Bei der Einwanderung sehen sie Chancen, aber Regeln müssen eingehalten werden. Die Zahl Geflüchteter soll verringert werden.